Über dir. Ach Mist, jetzt habe ich dieses Anvisier-Geräusch die ganze Zeit. Ja, die pulsieren auch. Ja, aber mir sieht es wahrscheinlich nicht ganz so cool aus. Ja, das läuft dann halt bei mir auch, aber ich weiß nicht, wie es halt in HDR ist. Ja. Ja, ich würde es wahrscheinlich... Ja, normal eigentlich... Boah, wie es so macht. Oh, man sieht sogar den Ring der Station von hier aus. Oh, ich könnte noch cool einspringen und dann mich raus... Aber ne, wie man nicht nach einem verschießenden Fehler... Ja. 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 Ich glaube die Sachen hier sind wirklich nur alle halt gebaut. Schimm mal vor, wenn das noch viel größer aussieht und zusammenhängender. Ja. auch mal ein bisschen riski hier genau ein bisschen an den strukturen fliegen nicht dass wir hier noch irgendwo hängen bleiben hier 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 Hallo. Ja... Ja. Ja, ja, ja... Ja. Ja, ja. Ja. Ips! warst du das gerade